Hallo meine Freunde, ob ihr Deutsch oder etwas anderes seid. Hallo meine Freunde, hier ist das Holz, das ich heute gekauft habe, 77 Dollar. Besonders gesagt, drei, drei, eins, this was especially sold for me, 3x1, und dies kennst du schon, aber hier ist etwas neues, er hat das mir gegeben umsonst. Aber ich kann, hm, ich habe eine Idee jetzt dafür später. Ich habe Ideen für was ich damit tun kann, ich zeige euch später. Okay, hier ist Thomas Hockling Hall, und jetzt ist es ganz oben. Ich musste es so machen, weil die Nachbar ist hier gekommen, mir zu helfen. Das ist Thomas Hockling Hall, und es ist sehr offen. Ich musste es so machen, weil meine Nachbar kam zu helfen. Und er hat mit seinem Skid-Loader die Orgel darüber gemacht. Mit seinem Skid-Loader hat er das Organ hochgebracht und sie ist da, und es ist da. Okay. Hier könnt ihr auch sehen, was ich gemacht habe. Ich will meine Siegen hinaus lassen, draußen, und ich baue ein Saun. Um, I, I want to leave my goats out, and I'm building a fence. Um, morgen, uh, um, werden wir sehen. Vielleicht laufen sie weg. Uh, tomorrow we'll see, maybe they're gonna just run away. Die Esel verstehen nicht genug, was ich mache, aber sie wollen Hafer. Okay, und so, jetzt gehe ich da runter. Aber, aber ich möchte auch sagen, dass dort gibt es etwas, ich verstehe nicht warum, es ist anders. Ich denke, es gab einmal eine Gebäude dort. Uh, one other thing I wanted to say, is I don't understand why the grass was not eaten there. I think there must have once been a building there or something. Okay, ich spreche Deutsch und Englisch. Frankdeutsch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. I am speaking Frank, German, und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Vielen Dank.